Der Tierrechtsverein Act for Animals hat in Tübingen Werbung für ein fleischfreies Leben gemacht. Dazu haben sich zwei Aktivisten wie handelsabgepacktes Stück Fleisch in Styroporschalen gelegt und mit Klarsichtfolie versiegelt. Mit dieser Aktion will der Verein darauf aufmerksam machen, dass Tiere fühlende Individuen sind und nicht nur für ihr Fleisch getötet werden sollten. Gleichzeitig sollte die Aktion auch über die Probleme im Bereich des Tierschutzes aufklären.